Hallöche und willkommen zurück zu Borderlands. Wir befinden uns hier, glaube ich, schon ganz am Ende. Ich drück mal hier E. Oh ja, die Wächtergruft. Uh, was ist denn hier passiert? Bist du jetzt auch schon da? Ich bin hier oben in dem Kreisel, ja. Ich sehe hier gerade so ein bisschen wie Milchstraße. Keine Ahnung, wie so ein Planetensystem. Du bist da ganz oben in der Luft. Du kannst irgendwo da mit E reingehen. Oh, lecker, Wanny. Du stirbst in den Himmel. Ich muss wohl auf dich warten. Komisch, dass hier keine Cut-Szenen automatisch angefangen wurde. Mein Gott. Ich warte mal noch ein bisschen. Ja, ich glaube, das wird wieder nichts hier. Mein Gott. Vielleicht kommst du ja direkt bei mir hier jetzt wieder. Das wäre ja nett. Schau mal. Ja, ich habe nämlich gar keine Gegner hier gerade. Ich muss wohl auf dich warten. Nee, du bist wieder draußen. Ich hatte so eine schöne Waffe. Ich kann hier auch nicht zurück wieder. Also, ich bin hier unten gefangen. Ich komme hier nicht raus. Du bist denn hier gerade aus rein? Ja, genau. Da musst du eh drücken. Und dann fällst du hoffentlich zu mir runter. Ah, okay. Da abgehakt. Ah ja, da bist du jetzt. Da bist du. Okay. Okay. So, der Wachposten. Verteidiger der Kammer. Oh je. Ist das denn schon der Letzte? Wow, der nimmt ja gar keinen Schaden. Was hat der denn für ein Schild? Die Würfe bringen gar nichts. Also, der Laser ist absolut sinnlos. Ja. Die Basuka ist ein bisschen besser. Ja. Wow. Also, Laser war sinnlos. Keine Munition mehr mit der Basuka. Komm, ich werfe dir ein paar Granaten dahin. Ah, da weicht der einfach aus. Aber ich habe ihn getroffen. Doch, ich habe ihn getroffen. Also, Eiswaffe ist gar nicht mehr so schlecht. Viel Schaden. Oh, ich sterbe. Wow. Das ging schnell. Oh. Ja, das könnte knapp werden. Oh. Ich glaube, das war's. Soll ich jetzt noch weiter drauf schießen? Ach guck mal, dein Laser ist besser als meiner dagegen. Dein Laser scheint richtig gut dagegen zu sein. Okay, du lebst wieder. Und ich nicht. Ich sterbe. Wow. Ich hatte sie wieder neu aufgeladen. Komplett. Komplett? Ja. Oh. Und ich? Wo ich spawn... Boah, ich spawne ganz außen. Ich muss wieder da in den Wächter rein. Oh. Sterb ich. Soll ich mal auf dich warten? Ich glaube, ich warte mal hier auf dich. Boah, bist du ganz außen wieder? Ja. Ne, ne? Doch. Leider so. Sind die auch noch so Wächter? Sind die noch kleine jetzt? Ja. Okay, dann kommst du dir rein. Halbwegs kleine. Ja, ich bin trotzdem tot. Okay, dann warte ich kurz. Solche wie da draußen stehen, solche Viecher. Ich warte hier. Wo bist du? Ja, ich habe gerade respawnt. Ah, da. Okay. Okay, 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 okay. Also mein Laser war ganz schlecht dagegen. So, ich bin wieder drin. Ey, ich drücke doch eh. Toll, jetzt komme ich hier schon halb tot unten an. Boah. Ja, hör auf, deine Finger zu begutachten macht. Das hält der aus. Vielleicht ist er schon der letzte Gegner. Ich weiß es nicht. Wow. Wow, wo bleibt mein Schutzschild? Schutzschild. Ah, hier kommen Klamotten raus. Was kommt da? Na, Muition? Okay, das ist gut. Oh, der hat meine Granaten mitbekommen. Und noch eine Granate. Guck mal, der spielt wie so eine Rockgitarre, spielt er das? Hm? Ja. Okay. Ich glaube, das Gegner war locker hin. Ja. Okay. So, sein Schutzschild ist gleich wieder hinüber. Meins leider auch. Oh, der ist schon wieder tot. Was jetzt? Wird jetzt neu. Oh, wo bist du? Wo bist du? Der ist wieder komplett neu. Schon wieder komplett voll. So hat der schon wieder komplett voll. Und jetzt sterb ich hier. Was ist das denn? Wächtercrew. Komm, dich treffe ich. Wächtercrew. Ah, falsch. Wo ist mein Laser? Scheiße, jetzt sterben wir auch hier. Ich treffe nicht, ich treffe nicht. Ich treffe die Viecher nicht, vergiss doch nicht. Hammer. Aber so kriegt der immer wieder volle Energie. Können wir vielleicht diese Kristalle kaputt machen da an der Seite. Vielleicht. Also so bringt gar nichts. Das Schild ist weg und dann lädt er sich auf. Hm. Okay, mir geht auch ein bisschen die Munition, dadurch alle, ja. Verdammt. Aber hier ist es schön ruhig. Nächster Versuch. Ich bin gerade einmal am Umrüsten. Ja, vielleicht. Also ich gehe schon mal runter. Hm. Da ist er. Ähm. Nee, also man kann diese Kristalle irgendwie nicht kaputt machen. Ich sehe es zumindest nicht wie. Hm. Er wird mir nicht als, nicht als, ähm. Schaden angezeigt. Nein. Brauchst du noch lange? Ich laufe hier gerade so ein bisschen hier Katzen und Maus mäßig. Ich komm. Okay, mein Laser bringt ihm gar nichts. Nee, Laser ist total unaffizient. Oh. Mal, Lelio, die Pistole. Ah, da bist du. Okay. Ich glaube, hier darf einfach keiner von uns sterben. Vielleicht teilt er sich auch dadurch. Ich weiß es nicht. Da ist ein Nahkampf hier. Nee, der Nahkampf zieht so wenig ab. Okay. Komm, ich werfe sie noch mal in der Katzen. Boah. Ich bin im Sterben. Was ist denn wie ein Vieh, ey? Ja, ich brauche erstmal mein Schutzschild, um dich zu heilen. Ich hoffe, du hältst zu lange durch. Gleich habe ich mein Schutzschild. Jetzt habe ich mein Schutzschild. Oh, nicht gut. Lade nach. Ich glaube, ich kriege nicht rechtzeitig mein Schutzschild, um mich zu heilen. Und wenn der da haut, da gehe ich bald rauf. Okay, Schutzschild ist da. So, jetzt ist er wieder kaputt, halbwegs. Jetzt geht er in die Mitte und jetzt lädt er sich wieder auf, oder? Ja. Wie kriegen wir das denn denn? Ich habe das jetzt nicht gesehen, weil ich zu dir geguckt habe. Der hatte wieder das Schild weg. Und dann ist er verschwunden in die Mitte. Hat er sich da hier, wer weiß was, mitgemacht da. Jetzt sterbe ich auch, jetzt sterbe ich auch. Verdammt. Oh, jetzt ist er die Wächterkruel. Ich muss doch einen von denen treffen. Die sind da hinten. Verdammt. Tot. Bleibt doch mal stehen, ihr Idioten. Ich sehe euch nicht. Komm, 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 komm. Wo ist er hin? Da. Okay, neue Stärke. Perfekt. Aber wir kriegen aber den Platz. Oh, wird schwierig. Wow, der Angriff von denen wird aber immer stärker. Jetzt kommen wir so Feuerdinger. Oh, Gott, 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 Gott. Alter, was ist das denn? Du Scheiße. Wow, wow, hier bricht jetzt Lamsang alles zusammen. Ich bin da. Schieße es erstmal hier auf die Kleinen. Mal gucken, was das bringt. Oh, oh, hier hat er seinen Feuerangriff. Da musst du auf den Boden achten. Okay, hier ist ein Medikit. Das hole ich mir erst eben mal schnell. Medikit. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, vielleicht ist das wirklich der Endkampf. Na, wo ging der denn hin? Wow, 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 wow. Was hatte ich denn hier gerade? Hat mal ordentlich geleckt. Oh, kritischer Treffer. Schutzschild, Schutzschild. Aber auch die Viecher sind nervig. Ja. Ich weiß leider gerade gar nicht, wo du bist. Ich will dir auch gerade irgendwie nichts sagen. Irgendwann zum Kristall. Da an der Seite, okay. Oh, könnte knapps werden. Weil vor allen Dingen, der steht direkt vor dir. Und ich habe nichts. Oh. Und tschüss. Scheiße. Ich habe es fast geschafft und dann wollte ich ihn weggeschossen. Ja, wie gesehen. Mann. Versuch am besten schnell wieder reinzukommen. Mhm. Der lädt immer so lahm. Oh. Was hat denn der überhaupt für ein Level da? Level 28 hat der. Also ist schon ganz schön knackig. Oh. Sterb, 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 sterb. Kommt der da hinten? Neue Stärke. Perfekt. Oh. Ich weiß nicht, ob ich auf die Kleinen schießen soll oder auf die Großen. Lamsa geht mir hier die Muition aus. Okay, du bist wieder da. Perfekt. Nachladen. Oh. Oh, da kommt jetzt wieder dieser heftige Angriff. Da hat dieser. Oh. So. Granate. Kommt. Granate. 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 Trepper. Trepper. Trepper-Granate. Oh, das chillt den wir die letzte Mal hatte. Das ging dann taugt dir gar nichts. Ich bin ständig am sterben. Oh, du stehst da gerade mal ganz scheiße im Gewitter. Na, komm her, komm her, komm her, du Missfies. Oh. So, das Schusschild wieder hoch. Das hat er gleich wieder sein Schusschild da weg. Ich glaube, wir müssen versuchen, wirklich schnell, wenn der da sein Schusschild weg hat, alles drauf zu hämmern. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Okay. War er und seine Rock-Gitarre da oder wie? So, jetzt, jetzt, aufpassen, aufpassen. Wir sind uns gar nichts. Boah. Wow, das hat mich umgebracht. Ja, mich auch. Mal hier diese kleinen... Lauf nicht weg. Bleib stehen, du Idiot, da vorne. Ah, jetzt hast du den bekommen. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Ah, das muss doch hier irgendwie einen Trick haben. Wow, was macht er jetzt? Mit Laser. Ich denke mal, du musst schon einfach ein paar mehrere Runden den kaputt hauen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist schon extra so. Extra wahrscheinlich, ne? Der hat jetzt hier Laser, vorher hat er Feuer gemacht. Mhm. Vielleicht können wir gleich nochmal einen Laserangriff ausprobieren. Vielleicht hilft er jetzt mehr. Ich weiß es nicht. Wo ist er, wo ist er hin? Das ist der Kleine. Da ist der Große. Oh, oh. Bist du einen von den Kleinen kaputt? Vielleicht, wenn er hier nicht abhaut, ja. Glaub dir nicht weg, du Mistviech. Also du schießt gerade da mitten. Komm, leg weg, renn, leg weg, renn. Verdammt, zwei Schüsse hätten nur gefehlt. Dann beeil dich mal. Oh, oh, er kommt, er kommt, er kommt. Mein Schild ist noch nicht hochgefahren. Tot. Scheiße. Neue Stärke, schön. Schild. Mein Gott, geht der ab. Das ist krank. Oh, oh. Boah, direkt reinkommen, direkt in den Laser reingebeamt. Das ist auch sehr geil. Aber ich glaube, es hat ja noch nichts abgezogen. Puh. Wollen wir mal hier kratzen. Komm, kassier hier meine... Oh, shit. Ah, ich wollte nicht mal ein Schild werfen. Ich wollte die Granate werfen. Oh, oh. Okay, ich verstecke mich mal hier hinter. Wo ist das Viech? Hm. Boah, der Wachposten. Der Wachposten ist heftig. Boah, alter. Alter, 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 alter Falter. Oh, er macht wieder einen Laserangriff. Schnell hier irgendwo verstecken. Okay. Ja, ich glaube, man kann es schaffen. Zumindest ist... Oh. Oh, außer Schutzschild. Geht denn hier ab? Ey. Oh, ich möchte meinen Schutzschild wieder haben. Oh, das haut sogar mein Schutzschild kaputt hier fast. Nein, nicht weg. Bist du wieder heile? Nein, nicht gern. Ja, ich kriege... Nein. Immer so knapp. Scheiße. Scheiße. Weil dich. Weil dich hier rein. Oh, ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Verdammt. Wo ist der Kleine? Wo ist meine Plasma-Waffe? Die ist scheiße gegen die Viecher. Gibt gar nichts. Ja, aber die Rote, der ist gegen Fleisch. Und der Typ ist Fleisch. Der will jetzt den Ratsch... Wolle dich da rein, sonst schotterieren... Oh, bist du drin? Nein. Oh, shit. Hoffentlich macht er jetzt da weiter, wo wir waren. Wie sieht so aus. Wo bin ich hier? Sieht aus. Ich weiß gerade nicht, wo ich respawnt wurde. Ich bin irgendwo. Nur nicht hier am Eingang. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Auf der falschen Seite, wo ich respawnt. Aber der hat jetzt, glaube ich, kein Todschild mehr. Der füllt sich auch nicht mehr auf. Okay, das ist prima. Hoffentlich bleibt das so. Ich bin irgendwann wieder da. Ich habe die Hälfte, habe ich ungefähr geschafft. So, so. Ich habe keine kleinen Viecher mehr. Wo sind die? Okay. Ich habe berührt. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Ja, und ich bin drin. Danke. Der haut dann auch so richtig weg. Okay, wo ist denn die Granate? Granate. Komm. Kassier. Kassier. Oh, der ist kaputt. Der ist kaputt. Sterb. Aber hier sind noch die kleinen. Komm schon. Mondsteinhaufen, Mondsteinhaufen. Noch mehr Mondsteine. Mann, der muss doch kaputt gehen hier. Geht doch. Oh, hier sind noch mehr. Noch mehr von diesen Viechern. Okay, komm. Oh, es kommt näher in die Mitte. Oh, was passiert jetzt? Oh, fuck. Oh, ist das jetzt der eigentliche Entgegner? Ich weiß es nicht. Ich sammle hier mal ganz schnell das ganze Zeug so rein. Ich habe auch ganz viel eingesammelt schon. Oh, ja. Es sieht groß aus. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Der respawnt hier oder was macht der hier? Oh, scheiße. Was ist das? Das ist wohl der eigentliche Entboss, denke ich. Oh. Ich werde hier weggewams. Oh. Ah, Mistviecher. Oh, fuck. Äh, ja, der wird... Oh, wir müssen seinen Händen ausweichen. Und er scheint ein sehr gutes Schussfeld zu haben. Ich schieße einfach mal ein paar Granaten auf den drauf. Zieht gar nichts ab. Das... Oh. Oh. Ich glaube, der nimmt gar keinen Schaden oder was? Wo denn? Kriegst du eine Schadensanzeige? Anzeige nicht, aber ich sehe, dass der... Auf dem Schild, der blinkt. Da rechts die Schulterpolster. Okay, die Schulterpolster? Ja, das glaube ich ja gesehen habe gerade, ja. Äh, das hier ist ein Stromangriff. Wir sollten immer in der Luft bleiben. Ja, ich häng gerade hier tot am Boden, aber jetzt nicht mehr. Schulterpolster. Ne, ich kriege keinen Schaden. Wow. Wow. Vielleicht auf die Hand? Nein. Oh, ich werde hier reingezogen. Uah! Wow. Ich kriege keine Schadensanzeige bei denen. Ich weiß nicht, wo ich hinschießen muss. Wollen wir schießen, du? Auf alles. Auf den... Der Kopf, der Kopf, die Augen. Der Kopf. Definitiv, der Kopf. Nur der Kopf. Ja, der Kopf nimmt Schaden. Oh, mein Schild ist wieder unten. Wow. Wow, wow. Schild. Schild ist da. Hoffentlich geht er das Schild nicht wieder auf. Das wird wieder an den Stuhl. Oh, das ist eine gute Waffe, die ich hier habe. Für den. Okay, das erste Gesicht ist kaputt. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, tot hier irgendwo. Ich versuchte das mal. Da in der Ecke. Oh, ich werde hier reingezogen. Ich werde hier reingezogen. Oh, jetzt kämpfe ich... Oh, scheiße. Jetzt bin ich selber draufgegangen, war ich hier. Ah, warte, genug. Ich hab's. Oh. Das ist ein Medikid, das ist ein Medikid. Okay. Der erste Kopf ist kaputt, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, jetzt... Ja, jetzt auf diese komische... Was da so lila wirkt. Ja. Wow, das hat jetzt... Wow. Wow. Oh, oh. Ja, der hat die Hälfte weg. Der hat die Hälfte weg. Okay, okay, jetzt schlägt er wieder rum. Mitten ins Gesicht. Komm, ins Gesicht. Oh, Schutzschild. Zeig mal dein Gesicht, Junge. Dein richtiges. Fast kaputt. In your face. Oh, was passiert jetzt? Müssen wir da schnell hin? Kann ich da hoch? Oh, ich bin drauf. Ich bin drauf. Ich bin auf den drauf. Oh, er steht wieder auf. Oh, oh. Was passiert jetzt? Oh, das war ja klar. Nächste Runde. Bing, bing. Oh, oh. Oh. Ja, wieder Kopf. Ja. Wie viele Gesichter hatten der? Drei? Ich weiß es nicht. Oh. Oh, da darf ich nicht mehr auf dem Boden landen. Scheiße. Ah, sterbe ich hier auch. Scheiße. Das ist ein kleiner. Irgendwo da oben. Ah, der ist leichter wie der erste. Weißt du das? Ja. Oh, oh. Ich weiß nicht, was er tut, aber nicht springen. Auf den Ball schießen. Auf den Ball. Das hat ihm viel Schaden genommen, als wir den Ball kaputt geschossen haben. Wow. Oh, ich fliege hier einfach durch die Luft. Boom. Schieß auf irgendeinen kleinen. Ja, wenn die einer wäre. Ja, aber die drüben. Mann. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Uuuh. Puh. Das war kein Problem. Oh, jetzt sterbe ich selber. Jetzt habe ich sein böses Ding mitgenommen. Da oben. Mann, was drückt ihr mich weg hier? Geht's dir gut? Ja, ja, danke. Wow, so chillt, so chillt. Ah, hier ist Runde Nummer 2, ist aber auf jeden Fall schon mal deutlich anspruchsvoller. Shit, shit. Mal, die Viecher fliegen zu hoch. Ich sterbe auch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Toll, was hast du denn gekriegt? Auf den nochmal weiter nämlich. Oh. Auf den Ball schießen. Oh. 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 Was macht er jetzt? Lass mich in Ruhe. Ich will dich auf den Großen konzentrieren, du Hunkter. So. Ich brauche die Munition für ihn hier. Oh. Verdeck nicht mit den Armen dein Gesicht. Sonst kann ich dich nicht abschießen. Okay, die Maske ist wieder runter. Maske ist wieder runter. Dann mal auf geht's. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Oh Gott. Oh. Scheiße. Ja, ist gerade ein blöder Moment jetzt zu helfen. Wo bin ich hier? Der scheiß Ball. Der muss platzen. Ja, aber wenn der Platz in der Nähe hat, dann explodierst du mit. Hast du? Okay. Wie geht hier die Munition aus? Oh. Shit. Shit. Jetzt bin ich hier am sterben. Gleich kannst du mir hochhelfen. Oh. Ja. 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 Perfekt. Danke. Ja, war aber Glück. Ich habe mich trotzdem hochgeschreit. Jetzt kannst du mich vielleicht treffen. Oh. Jetzt bin ich auch dabei draufgegangen. Scheiße. Scheißdreck. Und ich habe keine gescheitere Waffe mehr. Ich muss so ein kleines Viech da. Oh, jetzt muss ich ja die Sniper nachladen. Das dauert natürlich ewig. Ja, tot. Morgen. Oh, jetzt hätte ich oben bleiben müssen. Verdammt. Versuch so schnell wie möglich hier wieder reinzukommen. Oh, jetzt sterbe ich schon wieder. Jetzt sterbe ich schon wieder. Und wo ist noch ein kleines Viech? Da. Boah, warum soll hier draußen geht das schon ab? Ja, das ist... Oh, komm. Oh, das bin ich jetzt. Jetzt bin ich tot. Verdammt. Ah, du bist ja mindestens mehr drin. Okay. Vielleicht gilt das ja noch. Wir spielen das auf jeden Fall jetzt zu Ende in den Kampf. Muss er. Hallo? Ist er weg? Waren wir zu lange weg? Waren wir zu lange draußen? Alles wieder von neun? Ich weiß nicht. Das wäre natürlich gar nicht schön. Sieht so aus. Ne, ne? Ach, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Das wäre ganz schön. Ja, der kommt wieder aus dem Boden. Und, äh... Wie viele Gesichter hat er? Weiß ich noch nicht. Ja, alle kommt genau so gleiche Szene raus wie vorher. Alle drei Gesichter wieder? Ja. Wow, dann machen wir hier einen ganz kurzen Cut. Und, äh, machen wir beim nächsten Mal weiter.